Willkommen zu dieser kurzen Meditation zum Wohlfühlen. Mach es dir bequem, auf dem Boden, auf dem Sofa oder auf einem Stuhl, ganz wie du magst. Deine Hände liegen in deinem Schoß mit den Handflächen nach oben. Und dann schließ langsam deine Augen. Komm zur Ruhe und versuch diesen Moment hier ganz bewusst wahrzunehmen. Wie du hier sitzt, hier in diesem Raum. Wie du getragen wirst von der Fläche, auf der du sitzt. Du atmest ganz ruhig und gleichmäßig. Spür, wie du atmest. Den Luftstrom in deiner Nase. Spür, wie dein Brustkorb sich ausdehnt, wenn du einatmest. Ist es nicht genial, dass es überall Luft gibt mit Sauerstoff für dich? Egal wohin du gehst, es gibt immer mehr als genug Luft für alle. Und alles, was du tun musst, ist atmen. So vollkommen mühelos. Ist es nicht wundervoll, dass die Luft immer und überall für dich da ist, wenn du sie brauchst? Die Luft hat, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr Wertschätzung verdient. Und jetzt fühl mal in dich hinein. Wo in deinem Körper spürst du diese Wertschätzung? Das fühlt sich doch irgendwie gut an. Wertschätzung und froh zu sein, etwas zu haben. Gibt es noch andere Dinge oder Menschen, für die du diese Wertschätzung spürst? Fühl dich ganz tief hinein. Wie fühlt sich diese Wertschätzung an? Lass dich jetzt noch tiefer hineinsinken in dieses wohlige Gefühl. Spür, wie dieses angenehme Gefühl sich immer weiter ausbreitet. Spür, wie dieses angenehme Gefühl sich immer weiter ausbreitet. Dieses Gefühl der Wertschätzung erfasst dich wie eine langsame Welle. Eine Woge aus Wohlgefühl. Und es breitet sich immer weiter aus, bis in die letzte Zelle deines Körpers. Jetzt versuch mal, dich vollkommen zu entspannen und lass dich einfach treiben in diesem Gefühl. Jetzt atme mal tief durch. Und jetzt atme mal tief ein und halte die Luft für einen kurzen Moment an. Und dann mach beim Ausatmen einen lauten Seufzer. Jetzt atme wieder ganz normal und finde deinen eigenen Rhythmus. Diese Wertschätzung ist jetzt ein Teil von dir. Und wann immer du sie spüren möchtest, weißt du, wo du sie finden kannst. Jetzt spür deinen Körper. Jetzt spür deinen Körper. Streck dich ein bisschen. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Ich veröffentliche jede Woche eine neue Meditation. Abonnier am besten gleich meinen Kanal, damit du nichts verpasst. Einfach auf den roten Button klicken. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.